Ich steck gerade irgendwo fest. Ah, Alter. Will ich schon wieder? Ja, ich schau, dass ich da gerade wieder rauf wegheu. Warte mal. Warte mit dem Stern. Warte mit dem Stern. Ja sicher. Nein, ich lad mir jetzt zum Exeuschen dich. Warte mal. Warte mal. Ist noch drüben. Kämpfen, weil da hier rüben ist der andere Gegner oben. Und da zu dir rüben. Ja. Sicher auf der anderen Seite drüben ist der Weg runter. So, den Männerkristalle habe ich alle. Ja, ja. Das Ding macht ganz schön viel Damage, hörst. Ja. Okay, wieviel haben wir da jetzt? Zwei. Ich bin schon auf der Stirn g'vorm. Ja genau, da jetzt gleich umgedeck'n rum auf die Stirn rauf, da bin ich und kämpf grad wieder. Wieder einmal. Irgendwann muss ich mir mein Interface noch ein bissl anpassen, ein bissl umbauen, ein bissl optimieren, hätte ich gesagt. Aber manche Schriften überdecken sich schon gewaltig. Ah. Ja. Kommma. Den brauchen wir, oder? Nein, den brauchen wir auch nicht. Ja. Aber den musst du irgendwo herum sein. Okay, jetzt müssen wir tüten. Naja gut, der ist wenigstens nicht gar so g'sacht, der fahrt eh gleich um. Gut. Der ist wahrscheinlich nur weiter oben. Oder? Ich weiss nicht. Na, der Kreis wird mir ganz wahnsinnig. Ja, nein. Und mir ist da. Na, es ist wieder ein anderer, der da steht, aber... Den brauchen wir auch nicht. Ja, aber der hat auch Bruchzeichen am Schädel. Zeichen am Schädel? Wenn du nahe liegst. Ja, der ist von viel irgendeiner gewesen, aber nicht für die jetzige. Glaub ich halt. Ja, aber wenn wir schon da sind, hauen wir halt um. Denken wir eh, was passiert. Wahrscheinlich brauchen wir dann nur mal. Ja, ich geh schweil davon aus. Das ist ganz schön zart. Ja, ja, das sind's immer, wenn's ein Rufzeichen, also wenn's irgendwelche Questmops sind, oder bestimmte Questmops, dann sind die meistens eher zart. Wird mal mit. Wird mal mit. Ich brauche mehr Macht. Oh. Ja. JAAAAAA. Man hat's denn so einen so umknirrt. Ich hab keine Ahnung. Fangen mal. Gottes Willen. Überhaupt nix. Ich hab's ungefähr noch nicht so gekaut. Ich hab's überlebt. Echt? Ja. Okay. Fährt halt. Äh. Ja, wir müssen irgendwo jetzt kurz vor, knapp vor diese. Äh, Steffi? Ha? Textmeister von oben! Ha? Ha! 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 Was hast denn du? Mit so'n Lochflasch oder was? Ha! 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 Was ist denn mit dir? Ha! 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 Was tut denn dein Leerwandler da in der Wand? Steh' ihm so wie's ausschaut. Äh, er ist schon tot. Wo bist du? Ich steh' hier rum an am Stein. Hab' jetzt viel viel weinen müssen. Ich hab' mir's fast gedacht. Wieso greift mich das jetzt da? Weil ich kein Leerwandler mehr hab, du hast mich geheilt, das genügt. Achso. So. Ich hab' mir gedacht, wenn's du überlebst, dann muss ich auch überleben. Was meinst? Nein. Ich muss nur geschwimt meine Wangen trocken wischen. Das ist ein wenig ungut. Was tun wir denn mit dem Zitterall oder was? Ich hab' keine Ahnung, wo der hergekommen ist. Ich hab' keine Ahnung, wo der hergekommen ist. Achso. Jedenfalls sollt' der Deutzigen. Und wo das Viech sehr... ...wo wir brauchen. Ja, der steht da mitten oben wahrscheinlich. Ah, da vorne steht er. Ja. Oh, ist. Kehrt schon mehr. Nein, nicht gleich holen. Ich hab' mir gedacht, du willst das ein bisschen interessanter machen. Ja, ich mach' mir das wieder mal interessanter. So ungewolln und... ... ungefragt. ... ... ... ... ... ... ... Und man kann ja nur hoffen, dass er... ... sie wieder schleicht, Ali. Das war aber nicht ausgemacht. Ich glaube, der beschwert dich jetzt noch, der Reiz. Kommt dann noch ein kleines Urner. Kommt mir wirklich sein. Ich geh mal schwad auf aus. Äh, falsch. Der Ali hat auch ganz schön viele Viecher mit. So, jetzt kommt der nächste Lerner. So. Dann fahren wir wieder mit dem Markt, was wir so im Inventar haben, ne? Ja. Ihr nehmt euch meine Leutnants vor. Ihr haltet euch wohl für sehr schlau. Fertig, oder? Ich glaub fast. Hä, 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 was ist jetzt? Jo. Fertig. Nicht mehr. Hallo? Hey, hallo, stehbleiben. Kannst du dann mal warten, bis ich auf dir drauf sitz, bevor es dich verrollst? Das gibt's ja gar nicht. Reinausnome. Äh, nicht so weit ausnome. Achso. Mit? Nicht so weit so, dass die keiner mehr angreift von dir. Ähh. Für was sag ich eigentlich was? Weiß ich nicht. Ich hätt's probiert. Der Willi war da. Best Beenden. Und beim Großen auch noch. Ja, ja, da schau. Best Beenden. Annehmen. Der hintere Unterkleine hat auch wieder eins. Annehmen. Die Trauer nachtsüchtiger Nächte. Wo? Sind das schon so witzig? Wir müssen Welblinge befreien. Egal. Ich will nur Herde. Ja, die da. Meine Welblinge werden euch helfen. Was müssen wir denn mit die da? Untergeht mich. Und ihr werdet den Zorn eines Brachenschwarns spüren. Irgendwie... Die aktivieren den Scheiß, oder? Ja, und wie? Keine Ahnung, Steffi. Ich kann... Ah, da. Warte mal. Das vielleicht? Die Welt. Doch, die Weltkriege haben dich gemacht. Okay. Ihr wisst nicht, mit wem ihr es zu tun hat. Ja, dann zieht's dir einfach. Ja, wir müssen da gleich kämpfen. Ah, da sind wir wieder gegen... So. Boah. Wir müssen uns übern kämpfen vielleicht auch, oder was? Nein. Nein. Das geht zu langsam. Gut, das war der zweite Kondensator. Da vorne ist nur einer. Gut. Dann brauchen wir, glaube ich, noch einen. Müssen wir jetzt den einen... Östlich. Den einen ticken. Ja, ich hab mich eh schon gesehen. Der steht praktisch hinter uns jetzt. Ja, und den einen da oben müssen wir wieder töten. Wollen wir jetzt schon umwahren eigentlich? Ja. Ja. Na, toll. Ich muss sogar jetzt etwas analysieren. Hast du heute mit dem Chef eigentlich nur mal gerett? Hm, nicht, dass ich einen Hund hauen tut, dass ich nicht mehr gebrauche mit ihm. Okay. Aber sonst habe ich eigentlich nichts mehr besprochen mit ihm. Angeln habe ich auch nicht, in der Firma war ich auch nicht mehr. Okay. Ja. Ja, gehen wir gleich auf, oder? Ja. Gehen wir gleich auf. Wenn wir schon da sind. Ja. Ja, das ist ja nicht weit. Jetzt müssen wir den da noch einmal da killen. Dann müssen wir halt die paar Dinge wieder rumgehen. Ein paar Schritte. Lass sie brennen, ich habe kein Ziel. Ich hoffe, dass wir nicht zuerst die Kondensatoren brauchen, bevor wir ihn haben bekommen. Und wir haben auch immer wieder eingefroren. Na, wieso sind ja zwei verschiedene Gwest's? Ja eh, na nur das Thema weißt du ja nicht. Achso, der kämpft schon mit dem Auto oder was? Weil er uns nicht beachtet. Ja mit dem Palo den. Okay, dann helfen wir dem Palo ein bisschen. Ihr seid nicht würdig, den Saum meiner Robe zu berühren. Was denn? Den Saum meiner Robe? Den Saum. Achso, den Saum. A tuntei Teitsch, die Katastrophen. Ja alleine wirst glaube ich bei dem ein wenig Schwammerl. So ganz dezent. Ein wenig? Ja, glaube ich schon. Ja, aber der Paladin steht auch nicht da da und tut nicht viel. Okay. Ja. 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 Es hättetl gar nix außer sich schlagen lassen. Ja wenigstens los, dass ich schlagen. Bei den Leerwandern gibt es auch schon wieder nimmer. Na. Okay. Ruhe in Frieden. Wieder einmal. Geh mit Gott. Aber geh, oder wie. Ja. Wenig Mana. Okay. Dann ist er wirklich tot. Äh. Ah, jetzt kommt der Tracht rauf. Ist auch cool. Könnt ihr meinem Großvater helfen? Was haben wir denn da? 89er Rüstung. Uuuu. Achso, 789. 80. Pfö. Das bringt mir was. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ihr könnt sicher helfen. Ja wwwww-nei. Ich will nur nicht zurückkehren. Ich hab jetzt einmal draufgedruckt. Muss da sonst nur mal herrennen wegen dem einen komischen Portal. Ich glaub fast. Ja, warte mal, da wischst du eh von da auch. Hast du halt mal Zeit? Das Portal, da wischst du da, Roma? Ja. Scheiße. Hast du das gekriegt? Nein. Ich glaube nicht. Ah, auf das habe ich jetzt natürlich wieder nicht geschaut. Das regt mich fast ein bisschen auf. Also, mit Rainer, mit dir wieder. Ich bin, ich fliege mit dem, ein Drachen. No, oder? Ja, der fliegt weit, leider. Fliege ich nämlich auch gerade? Ja, ja, fliege einmal weit, das weiß ich nicht. Ach, scheiße. Ja. Ich meine es schnell auf und rette noch einmal um mich. Kann ja nicht so lange dauern, nicht wahr? Ja. Auch da bringen wir uns her. Ja, das habe ich zuerst auch nicht gewusst. Aber es könnte sich sogar ausgehen, dass wir heute noch freundlich wären. Weil recht viel fällt uns nimmer. Nein. 145. Ja, dann müssen wir sogar noch weniger fallen. Also, ich habe jetzt 2600 irgendwas. 2630. Äh. Jawohl, das haben sie zerstört. Was ist denn da jetzt? Wie ist denn da jetzt? Wie ist denn da noch einer absackt? Ah, jetzt ist der Drache wieder da. Ist ja cool. Na, guter Dank. Ah, die war nicht gewächst, kann man so abgeben, ich verstehe. Mhm. So, jetzt will ich nicht da den anderen dann noch schnell wegknetzen. Wenig Gesundheit. Aber was mich nicht umbringt, macht mich noch härter. Ich brauch ein Ziel. Ist ja tot. So, jetzt werden wir aufmauten und rennen wir noch einmal zum Drachen rauf und schauen, ob wir dann wieder umfliegen können. Aber ich glaube schon. Ein Fisch verfolgt mich. Der ist nicht da. Ah, der steht schon wieder da. Aber er beachtet mich nicht. Also, ich kann mit dem Drachen wieder reden. Und er fliegt wieder mit mir. Super, wenigstens was. Hey, Toti! Danke, uns geht's gut. Und selbst. Es ist noch nicht zu spät. Hallo, Toti! Wir nehmen den Weg durch die Berge, um sie aufzuhalten und... ... ... ... ... ... ... zum Verkaufen. Also ich hab jetzt 2780... Pumpla, nein, ich such mir da jetzt Nern zum Verkaufen, weil da muss man so viel töten. Was, wie viel hast? 2780, guck, die eine Quest muss ich aber noch angeben. 2855 und hab's aber schon angeben. Ja, dann fällt uns wahrscheinlich nicht mehr ein oder maximal zwei Quests.